Stimmt doch Ja also, wird doch Das mache ich gerade Okay Ich glaube gegen Ende dieses Spiels ist es nicht mehr so hochermütig Eher mehr für Baller Bisschen schade Scheiße Nicht mehr finden Nicht Nichts Nichts Wird doch Ich würde gerne Achst du Ich bin Ich bin Ich bin 1-Jets 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 Keine Ausricht Wir haben ja auch ein schlechtes Gefühl Das habe ich mir schon gedacht Okay, normal Hop Das war ein Traber Ich gehe schon mal rein Oh boy, ich gehe mal wieder raus 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 Jetzt gehe ich rein Okay Nächstes Kapitel Ich glaube, das ist jetzt das letzte Von Neckmerhaus 2 Diesmal eine richtig lange Aufnahme Sonst habe ich immer 20 Minuten aufgenommen Jetzt nehme ich schon seit über einer Stunde auf Ja Wieso nicht, ne Ich finde es halt nur schade, dass jetzt der größte Teigeballer war Und nicht mehr horrormäßig Das finde ich jetzt ein bisschen schade Fritz, Fritz, Fritz Hört sich nicht gut an Oh Oh Helikopter ist da drin Oh Also Putt putt Well, that sucks No happy ending for us, I guess I can't complete my objective We came to eliminate the man responsible for this mess He's building something And he'll have some creatures in your mind He'll make you hallucinate Even kill you This place was abandoned for some time now We recently tracked all this activity and found him His name is Dr. Romero Find that asshole and waste him Good luck The guy we have already seen in the picture is apparently responsible for everything And somehow I feel that the woman wants to kill him too But the guy might also be the father of the woman I heard every word that man said I am not a murderer I have never intentionally killed anyone And I don't plan on starting tonight Therefore I want to give you the chance to decide In just a moment This elevator is going to stop on the main level Directly next to the main entrance to the hospital If you want to spare yourself Just leave me in this hospital alone If you're bound to determine to find and kill me though Just keep heading down the elevator I won't stop you from coming Just be warned I will be forced to defend myself Hmmmm We'll kill him, right? We'll kill him I'll try it This area is restricted to senior level staff only If you do not have the proper optimization Please leave immediately Come on Where are you, Mr. Man? I'll take you off Huh? Come on Where are you, Mr. Man? I'll take you off Huh? I can't see Eh Okay... Okay... Is lag right by me Okay... Waarom lag das gerade? Ah... Dann werden wir an der Stelle mal aufhören Mit der Aufnahme... Weil es gerade zu sehr laggt euer Let's Play Fun Fun und dann sehen wir uns beim Kampf gegen ihn was auch bestimmt nicht groß wird Ciao